Hallo und herzlich willkommen. Wir haben Angriffe auf das Hinterland, die gemeldet werden, um den Nachschub abzuschneiden. Darüber hinaus werden kleinere ukrainische Erfolge vermeldet, aber im Großen und Ganzen ist die Front aktuell unter schweren Wettereinflüssen etwas erstarrt. Wir gehen hier so kurz wie möglich auf die aktuellen Entwicklungen in diesem Lagebild ein. Von russischer Seite wurde betont, wie schlecht das Wetter in den letzten Tagen gerade im Süden der Front gewesen sei. Hierbei gibt es auch Bilder wie ukrainische Radfahrzeuge praktisch bis zur Achse im Schlamm versinken, das schon an die Rasputitsa erinnert. Das wird sich nun aber wohl sehr zeitig ändern, denn wir sehen, die Regenwahrscheinlichkeit ist hier nur noch bei einem Viertel und hier näher zu sich den 0 Prozent, während es sonnig ist und wir hohe Temperaturen haben. Das heißt, hier dürfte sehr, sehr schnell, dürfte der Boden wieder hart genug sein, dass die Aktivitäten am Boden wieder an Fahrt aufnehmen. Dann haben wir hier eine Nachricht aus Kharkiv. Dort sagt Riba, dass es einen Luftangriff gegeben hätte, wenn ich es richtig verstehe, mit Marschflugkörpern. Sie selber sagen, es ist nicht bekannt, welche Schäden entstanden seien. Das ist der zivile Flughafen, der, wie Sie betonen, eine besonders hochwertige Fahrbahn hätte, eben wegen der großen, schweren zivilen Flugzeuge. Was dann natürlich implizieren würde, dass Schäden aller Fahrbahn schwieriger zu reparieren wären. Worüber Sie auch erwähnen, ist, dass Kharkiv, der Flughafen, einer der wahrscheinlichen Punkte ist, von dem aus die Ukrainer ihre Biber-Drohnen starten würden, die wir hier im Hintergrund sehen. Das sind Drohnen mit 1000 Kilometer Reichweite, die jetzt immer mehr für Angriffe im russischen Hinterland eingesetzt werden, die also als Selbstmord, als Bomben, fliegende Bomben de facto einer vorgegebenen Bahn folgen und sich dann in ein Ziel stürzen. Da sehen wir jetzt immer wieder Angriffe, auch in Moskau. Diese Biber-Drohne ist von der Ukraine selbst entwickelt worden und ist nun seit einiger Zeit im Einsatz. Und Riba erwartet eben, dass Kharkiv einer der wahrscheinlichen Punkte sei, von dem es starten würde. Was, wenn man auf die Karte schaut, auch ein Stück weit Sinn ergibt. Denn es dürfte, was so die nordöstliche Richtung angeht, tatsächlich einer der nächsten Flughafen an der russischen Grenze sein. Die Front, wenn wir uns die Front anschauen, nördlich des Siverski-Donetsk, so habe ich Meldungen hier von Kämpfen nördlich von Kupiansk, nordöstlich von Kupiansk, hier am Oskil. Ich kann nicht bestätigen, dass zu irgendeiner Veränderung gekommen sei. Darüber hinaus ist ein weiterer Schwerpunkt der Kämpfe hier der Brückenkopf der Russen über den Scherebetz, grob zwischen Raihorotka und Novo Wodiane. Hier ist es so, dass die Meldungen sich etwas widersprechen. Von russischer Seite habe ich gefunden, Behauptungen, dass man ein bis zwei Kilometer schon wieder vorgerückt sei. Auch Meldungen, dass man diverse Gefangene genommen hätte etc. Von der ukrainischen Seite wird das genaue Gegenteil behauptet, nämlich, dass die Ukrainer Nadia zurückerobert und befreit hätten. Und dass sie dabei seien, dies gerade mit Novo Ihorivka zu tun, dass sie dort am Ortsrand seien, halb eingedrungen seien und die Russen aus dem Großteil der Ortschaft hinausgeworfen seien. Beide Meldungen widersprechen sich eigentlich sehr deutlich. Ich sehe bislang noch nicht wirkliche Bildbelege, von daher kann ich nicht sagen, wer der beiden hier recht hatte. Klar ist nur, die Kämpfe finden dort weiter statt. Welche Seite gerade den anderen zurückschiebt, kann ich hierbei schlicht nicht seriös beurteilen. Von daher gehen wir zum nächsten Schauplatz. Im Serebrianzgewalt finden weiterhin Gefechte statt. Die Russen melden hier ukrainische Gegenangriffe, sagen dabei, das seien irgendwie die letzten Zuckungen, weil die Einheiten praktisch aufgerieben seien. Wie gesagt, das können wir nur so stehen lassen. Was soll ich sonst dazu sagen? Wir haben, ich habe Bilder gesehen von russischen Stellungen, die mit ukrainischer Artillerie belegt werden. Aber die Geolokalisierung hier war auch ein bisschen sinnlos, denn es war in etwa auf dieser Position, die wir als bestätigt russisch sehen, zum jetzigen Zeitpunkt, also russisch kontrolliert. Generell scheint sich im Serebrianzgewalt nicht viel getan zu haben. Weiter südlich bei Bachmut ist ein weiterer Schwerpunkt der Kämpfe. Hier werden Kämpfe bei Berchivka und Yahidne genannt. Ich kann nicht sehen, dass sich hier irgendetwas verändert hätte. Wir gehen inzwischen davon aus, dass die Ukrainer definitiv im Südteil von Klischivka sind. Ich sehe nicht, dass die Ukrainer wieder zurückgekommen seien, auch wenn ich Meldungen diesbezüglich habe. Theoretisch wäre es möglich, dass die Ukrainer tatsächlich zwischenzeitlich kurz aus dem Südteil der Ortschaft hinausgeworfen wären. Sie scheinen aber gerade ziemlich sicher drin zu sein, während die Russen ziemlich sicher grob die Hälfte bis zwei Drittel des nördlichen Teils der Ortschaft weiterhin kontrollieren. Auch bei Andriffka hat sich nichts geändert. Die Ukrainer sitzen weiter vor der Ortschaft, aber nicht in ihr. Aber das Wichtige ist, sie schneiden die Verbindungslinien zwischen Klischivka und Andriffka ab und verhindern damit einen Austausch und eine gegenseitige Unterstützung der beiden Positionen dort. Bei Kodiumivka gibt es weitere ukrainische Angriffe. Da haben wir hier eine Geolokalisierung. Das ist ein Video, das aufgenommen wurde und geolokalisiert wurde. Und zwar ist es exakt hier an dieser Baumreihe nördlich der Ortschaft. Das heißt, die Ukrainer waren definitiv hier, sie rücken auf wenige Meter an Kodiumivka heran. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sehe ich nicht, dass sie eingedrungen wären oder dass Kodiumivka gar nicht mehr unter, gar schon unter ukrainischer Kontrolle sei. Ziemlich sicher sind die Russen weiterhin in der, kontrollieren weiterhin die Ortschaft. Um Avdivka herum gibt es Weiterkämpfe. Keine Veränderungen zu vermelden. In Krasnohorivka und Marinka gibt es ebenfalls Gefechte, aber auch hier kann ich nichts bestätigen. Wenn wir zur Region von Velika-Novosilka gehen, also die Oblastgrenze zwischen beiden Seiten, dann haben wir einmal die Meldung von Riba. Die sagen, es gab nämlich die Meldungen, dass die Russen Staromajorske zurückerobert hätten. Sie sagen, das stimme nicht. Was interessant ist, dass sie auch hier wieder ihren Kollegen, die anderen russischen Millblockern widersprechen. Sie sagen allerdings, die Ortschaft sei in zunehmendem Masse umkämpft, also der sogenannten grauen Zone zugerechnet. Also sie sagen sehr wohl, dass die russischen Gegeneingriffe ein Stück weit erfolgreich gewesen seien. Aber zumindest seien auch laut Riba die Ukrainer noch nicht aus Staromajorske herausgeworfen. Also möglicherweise haben sie im Süden der Ortschaft etwas an Positionen verloren. Aber ziemlich sicher sind sie noch in der Ortschaft drin. Und die Russen kontrollieren definitiv Staromajorske nicht. Dann haben wir hier bei Priutne eine neue Geolokalisierung, die verordnet wurde. Aber auch hier hat sich wenig geändert. Die Ukrainer sitzen wirklich nun sehr nah an der Ortschaft. Wenn wir schauen, was haben wir hier? Im Ganzen sind wir 800 Meter von der Ortschaft entfernt. Aber Priutne ist weiterhin in russischer Hand. Westlich davon bei Orihiv hatten wir schon am 28. die Meldung, dass sich die Ukrainer nördlich von Robotine festgesetzt hätten. Auch wieder von Riba hier in einem Waldgebiet. Ich vermute, es ist das, wobei es theoretisch auch dieses sein könnte. Sie seien also näher herangerückt. Und die letzten Meldungen seien, dass es vergebliche Angriffe gegeben hätte. Wie gesagt, zu den Verlusten, die die pro-russischen Meldungen sind, die kommentiere ich normalerweise nicht, weil die für mich nicht überprüfbar sind. Und beide Seiten meines Erachtens erheblich die Verluste der Gegenseite übertreiben. Aber was interessant für uns hierbei ist, ist, dass sie das Riba besagt, dass die Ukrainer erheblich Verstärkung dorthin schicken. Unter anderem dabei werden jetzt mal AMX-10 genannt. Das sind diese Radpanzer, diese Aufklärungsfahrzeuge mit drei Achsen, also sechs Rädern, die eine 105-Millimeter-Kanone haben. Im letzten Lagebericht habe ich Ihnen eines dieser Fahrzeuge gezeigt, was von den Russen erbeutet worden war. Hier seien nun 14 weitere in die Orihiv-Region geschickt worden, um zusammen mit lauter anderen Angriffen weitere ukrainische Angriffe im Süden zu unterstützen, die wir also in Kürze sehen sollten. Westlich davon bei Piaty Khatki in der Vasilivka-Kamianske oder Vasilivka-Stepove-Region kann ich keine Veränderungen am Boden dokumentieren. Ähnlich ist es am Dnipro. Wir wissen, die Ukrainer sitzen weiter auf ihrer Insel, auf dem Brückenkopf, auf der Insel hier fest. Aber sie sind nicht nach Uleschki vorgedrungen, nicht nach Hulapristan. Das heißt, die Inseln hier gibt es immer wieder Gefechte im Dnipro. Aber fundamental ändert sich nichts. Die größere Meldung ist der Angriff auf die Chonha-Brücke. Und hier widerspricht sich etwas. Ich habe eine Meldung gefunden, dass es auf die Straßenbrücke erfolgt sei. Jetzt haben wir aber ein Bild, was verteilt wird. Und das hier sei die Eisenbahnbrücke. Ich muss zugeben, ich war nicht eindeutig in der Lage, zu 100 Prozent sicherzustellen, dass dieses Bild weder gefälscht ist, noch von der falschen Brücke ist. Es ist ziemlich sicher, die Brücke. Das geht gerade überall herum. Aber ich will mir zumindest die kleine Chance offen halten, dass dies nicht stimmt. Es scheint aber so zu sein, dass die Eisenbahnbrücke getroffen wurde. Und das Ganze wird gemeldet im Zusammenhang mit angeblich zwölf verschossenen Stormshadow, die die Russen natürlich alle abgeschossen haben. Das war ein recht absurdes Ereignis vor zwei Tagen, weil dort die russischen Seiten gemeldet hätten, alle zwölf seien abgefeuert worden und alle zwölf seien abgefangen worden. Und Riba hat im Prinzip erklärt, erzählt nicht so einen Unsinn. Erstmal ist es sehr unwahrscheinlich, dass überhaupt zwölf eingesetzt wurden. Und zweitens ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir in der Lage wären, alle zwölf abzufangen. Von daher ist das ziemlich sicher Unsinn. Wo auch Riba wieder das eigene Lager kritisiert hat. Das Ziel selbst, die Eisenbahnbrücke, würde wahrscheinlich den Einsatz von zwölf rechtfertigen. Denn das müsste eines der am besten verteidigten Ziele sein, zumindest wenn die Russen mitdenken. Denn hier geht die Eisenbahnbrücke drüber. Und das ist die einzige Eisenbahnverbindung von der Krim zum gesamten südlichen Gebiet, die durchgehend ist. Hier geht die Eisenbahn auch irgendwo hier in diese Richtung. Aber diese Eisenbahnschiene führt nach Kherson. Das heißt, die Russen können von der Krim aus dieses Gebiet damit versorgen und nur dieses. Wenn die Eisenbahn aus dem russischen Kerngebiet, sagen wir aus Krasnodar, etwas transportieren soll nach Melitopol, dann muss sie hier über die Chonha-Brücke. Es gibt keine andere Wahl. Es sei denn, man benutzt den Hafen von Berdiansk oder Mariupol. Das heißt, man lädt die Eisenbahn auf Schiffe um. Auf Spezialschiffe landet die dort. Und es sei denn, dort gibt es eine Möglichkeit. Oder dass die Eisenbahn dort dann direkt auf Gleise überfährt. Darüber weiß ich nicht Bescheid. Alternativ kann man natürlich vom Schiff umladen und dann in der Bahnstation von Berdiansk wieder aufladen. Aber der Aufwand hier wäre dramatisch höher. Wenn also die Ukrainer hier die Brücke durchtrennen, dann ist ab hier nur noch Lkw-Verkehr möglich. Und da sind die Russen nicht nur schlecht drin. Sie haben generell wenige Lkw-Verhältnismäßig, sondern sie haben auch sehr hohe Verluste darunter erlitten. Also das sollte die gesamte Nachschub-Situation im südlichen Bereich der Front zugunsten der Ukrainer spürbar verschieben. Was natürlich auch dann den Einsatz von vielen Stormshadow rechtfertigen würde. Und überhaupt ist das auch das bessere Ziel. Denn dieses ganze Gebiet hier zwischen der Krim und dem ukrainischen Festland ist so, dass die Wassertiefe, wie ich gelesen habe, dort häufig nicht mehr als ein halber Meter ist. Es ist zwar wohl sehr schlammig und schlickig. Also man kann nicht einfach mit einem Fahrzeug durchwarten, was eine Warttiefe von einem halben Meter hat. Aber das bedeutet natürlich, dass das Anlegen von Pontonbrücken nicht die allerschwierigste Schwierigkeit sein sollte. Und daher eine Straßenbrücke zu durchtrennen, wäre jetzt nicht der Gamechanger für die Ukraine. Allerdings habe ich noch nie gesehen, dass man Eisenbahnen ebenfalls über Pontonbrücken fahren kann. Mag sein, dass das geht, dass ich da irgendwas verpasst habe. Aber mir ist zumindest nicht bekannt. Das heißt, selbst wenn es kaum über dem Wasser ist, in dem Moment, wo die Ukrainer diese Brücke hier tatsächlich zum Einsturz bringen, muss die komplette Brücke eben an dieser Stelle neu aufgebaut werden, neu repariert werden. Egal wie seichtes Wasser hier ist, weil die Eisenbahn eben nicht über einem Schwimmkörper auf die andere Seite rüberkommen dürfte. Von daher wäre das hier das primäre Ziel und demnach sei dies der Angriff gewesen. Und demnach würden wir das hier sehen. Das war, ansonsten haben wir noch ein Bild hier. Und zwar, das ist von der, wird von der Brücke von Kertsch gemeldet. Hier bauen nun die Russen Sperren hin. Das ist vergleichbar mit den Torpedonetzen, die man beispielsweise aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kennt. Wir sehen hier Schwimmkörper und an denen sind Stangen hier, wohl Metallstangen angebracht, um auf diese Art und Weise Fahrzeuge zu stoppen. Es geht hier natürlich um die ukrainischen Marine-Drohnen. Klassisches Torpedonetz wäre dann noch nach unten gegangen, um sowohl Torpedos als auch U-Boote zu stoppen. Aber hier werden de facto Netzsperren errichtet, um so die Krimbrücke vor weiteren Angriffen zu schützen. Das Ganze schließt natürlich die Kertschbrücke ab, sodass dann dort ein Boot sein muss, was diese Sperren öffnet, damit Frachtschiffe durchfahren können. Aber prinzipiell wird es einen weiteren Angriff der Ukraine auf die Kertschbrücke erheblich erschweren, wenn nicht gar verunmöglichen, zumindest per Seedrohne, Überwasserseedrohne. Jetzt brauchen sie also neue Methoden. Und dann muss ich natürlich die Frage stellen, ob es dieser Angriff mit dem relativ geringen Effekt tatsächlich wert war, die Russen auf diese Schwäche hinzuweisen. Aber das ist das, was die Ukrainer sich selbst beantworten müssen, was ich ihnen nicht beantworten kann. Weil mir natürlich auch die Umstände des Angriffes nicht bekannt sind, wie viele unterwegs ausgefallen sind oder Ähnliches. Wie dem auch sei, das war es schon heute hier für das Lagebild unter, na doch, 13 Minuten. Wenn es Ihnen gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch, hinterlassen Sie einen Kommentar, was Sie glauben, wie die Nachschubsituation sich im Süden der Front entwickeln wird. Werden die Russen bald etwas zu spüren bekommen? Schreiben Sie es in die Kommentare. Und wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Am Mittwoch gibt es den nächsten großen Lagebericht mit Livestream, mit anschließender Frage-Antwort-Runde um 20 Uhr deutscher Ortszeit. Wäre natürlich schön, wenn ich Sie da dabei hätte. Also entsprechend würde ich Sie einladen, hier den Kanal zu abonnieren. Dieser Kanal ist auch nur möglich durch die Unterstützung von Zuschauern wie Ihnen. Wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, können Sie es über die Mittel in der Beschreibung. Mein herzliches Dankeschön an alle, die es bereits tun. Das war es soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An dieser Stelle auch noch mein herzliches Dankeschön an all jene, die den Kanal Monat für Monat stetig unterstützen, sei es als Mitglied auf YouTube, sei es als Patreon. Im Besonderen möchte ich mich hier bedanken bei Oberstleutnant Nippelzwicker und René H. auf Patreon, sowie bei den Leutnants Dekonjo, Dr. Knut Brandes, Gregor Schwarz und Plague Doctor, sowie Trollstrings. Vielen herzlichen Dank. Ohne Sie wäre es auf diese Art und Weise nicht möglich. Bis zum nächsten Mal.